Hallo meine Lieben, bevor wir jetzt mit dem Intro starten und die Folge gleich beginnt, wollte ich sagen, dass ich leider zweimal einen Schnitt in der Folge machen musste, und zwar so einen Schnitt, dass es manchmal so ein bisschen abgehackt in dieser Aufnahme rüberkommen könnte. Das tut mir leid, aber ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass ihr euch wundert. Ich hoffe aber, dass ihr der Folge trotz alledem gut folgen könnt. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ich würde mich sehr über ein Abo auf den Podcastportalen genauso wie auf YouTube freuen oder auf einen Kommentar bei Instagram oder bei YouTube. Bei YouTube zum Beispiel unterstützt ihr damit den Algorithmus und somit wird mein Video anderen Leuten auch häufiger mal angezeigt und das erhöht natürlich auch die Abonnenten und die Aufrufzahlen und das kommt dem kleinen Kanal dann zugute. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, ihr Lieben, ihr dürft mir übrigens auch jetzt wieder Fallvorschläge schicken, sei das Deutschland, Österreich, Schweiz. Gerne über Instagram oder per E-Mail. Ab und zu bekomme ich auch jetzt schon wieder welche, aber ich hatte das jetzt, glaube ich, länger nicht erwähnt. Ihr dürft mir gerne wieder Vorschläge senden über geklärte oder auch ungeklärte Mord- oder Vermisstenfälle. Und heute geht es mal wieder um einen Vermisstenfall, den wahrscheinlich viele von euch schon kennen werden. Der Fall erinnert mich so ein bisschen an den Fall von Walter Schuster, der ja auch noch sein Essen in der Küche liegen hatte und genauso ist es bei Gerda Wiese auch gewesen. Und ich finde ihr Verschwinden auch relativ mysteriös, wobei die Tochter davon ausgeht, dass da jemand eventuell mehr wissen könnte, hat sie in einem Interview geäußert. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, die ganze Folge beziehungsweise den ganzen Fall Gerda Wiese, dann bleibt jetzt gerne dran. Heute soll es um das Verschwinden von Gerda Wiese aus Priborn gehen. Gerda Wiese war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 67. Früher war Gerda Sportlehrerin in einer Gesamtschule gewesen. Sie lebte in dem Ort Priborn südlich der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis der mecklenburgischen Seenplatte. Und das kleine Dorf Priborn, das hat auch gerade mal nur so um die 400 Einwohner. Also da kannte wirklich jeder jeden. Gerda hatte, soweit ich weiß, nur zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und sie hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits auch Enkel. Gerda musste auch leider schon sehr früh einen Verlust hinnehmen. Schon im Jahr 2002 hatte sich ihr Ehemann in einer Klinik erhängt. Kurz vor ihrem Verschwinden im Jahr 2015 schien es Gerda aber relativ gut zu gehen. Das äußerte sie auch zu Freunden. Wie schön es sei, dass sie noch so unternehmungslustig sein könnte und ihr Leben alleine als Witwe so gut meistern konnte. Und sie war auch eine fitte Frau, die Haus und Hof in Schach hielt und war eben sehr lebensbejahend gewesen. Sport war eigentlich auch immer noch ihre Leidenschaft, abgesehen von ihrem ehemaligen Beruf. Sie ging sehr gerne nämlich zum Beispiel zum Nordic Walking alleine oder auch in der Gruppe. Und auch war der Wald zum Nordic Walking gut zu erreichen, da sie sehr nah daran gewohnt hat. Ihr Haus lag in der Dorfstraße in Priborn und das war wohl ziemlich angrenzend an den Wald dort. Ihr schien es also wirklich sehr gut zu gehen, also kein Anhalt auf einen Absetzen oder einen möglichen Suizid. Anfang Dezember telefonierte Gerda auch mit einem ihrer beiden Kinder. Sie wollte sich am Nikolaustag, also dem 6. Dezember 2015, mit ihnen zum Essen treffen. Also mit der Familie, ihren beiden Kindern, ihren Enkeln und darauf freute sie sich wohl auch schon sehr, denn am 5. Dezember, am Morgen, bereitete Gerda dafür auch schon mal alles vor. Sie hat Plätzchen gebacken und lässt eine Ente in der Spüle auftauen. Also sie hat sich richtig Mühe gegeben für das Essen mit ihrer Familie. Aber danach, als dann die Plätzchen fertig waren, muss Gerda das Haus verlassen haben. Man geht davon aus, dass sie es zu diesem Zeitpunkt noch freiwillig verlassen hat. Ihre Handtasche und ihr Portemonnaie blieben zu Hause, nur das Handy, das hatte sie mitgenommen, das war aber wohl auch so üblich für sie und den Schlüssel führte sie wohl auch mit sich. Und auch hatte Gerda sich mit guten Freunden für den Abend des 5. Dezember eigentlich verabredet. Sie wollten zusammen Karten spielen und etwas Leckeres essen. Und die Freundin, die versuchte Gerda dann an diesem Abend zu erreichen. Sie schreibt ihr auch Nachrichten aufs Handy, aber komischerweise kommt da keine Rückmeldung. Sie geht nicht ans Telefon und die beiden machten sich Sorgen. Die beiden Freunde, das war ein Ehepaar. Und das war sehr, sehr untypisch für Gerda, dass sie eben nicht reagiert hat. Und bis sie sich dann am Morgen des 6. Dezember, dem Nikolaustag, immer noch nicht meldete, wurden die Sorgen natürlich größer. Und die beiden beschließen dann, am Nikolausmorgen zu ihr zu fahren und informierten aber vorher auch Gerdas Kinder. Und jemand hat dann von den beiden Kindern die Tür von Gerdas Haus geöffnet. Und in der Wohnung hat man erst vermutet, dass Gerda vielleicht da irgendwo liegen würde, ihr was passiert ist, ein Herzinfarkt oder irgendwie sowas. Aber in der Wohnung war keine Spur von ihr. Und es sah auch nicht so aus, als ob dort jemand die Wohnung irgendwie durchwühlt hätte oder da irgendwie ein Kampfgeschehen gewesen ist oder so. Es sah alles ganz normal aus. Die Ente, die lag mittlerweile aufgetaut in der Spüle und die Plätzchen standen halt immer noch in der Küche. Wie als wenn jemand wirklich nur kurz das Haus verlassen hat, um gleich eben wiederzukommen. Und Gerdas Familie, die wird natürlich auch jetzt sehr schnell unruhig und spürt, dass etwas nicht stimmen kann und ruft auch relativ zeitig die Polizei. Und die nimmt den Fall auch von Anfang an relativ ernst. Denn es ist ja auch schon eine ältere Frau, sage ich mal. Und es wurden gleich zu Anfang umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Es wurden da auch sehr, sehr viele Gebiete durchsucht, Wälder in der Umgebung, besonders natürlich auch der Wald, der da an Gerdas Haus angegrenzt hat. Der wurde natürlich, denke ich mal, als erstes durchsucht. Da wurden auch Suchaktionen mit 200 Helfern damals gestartet. 170 Polizisten waren da im Einsatz, Feuerwehrleute. Die durchkämpften unter anderem die Priborner Heide und Taucher, die erledigten teilweise echt harte Jobs da, weil die Region halt sehr moor- und schlammlastig gewesen ist und die dann teilweise fast bis zum Boden versunken sind. Und es wurden da auch in Wasserlöcher geschaut. Und die Elde, das ist ein Fluss, in fünf Kilometer Länge durchsucht. Also man hat da schon einiges unternommen, weil Priborn wohl sowieso ein sehr wald- und seenreiches Gebiet ist. Deswegen musste da wohl ziemlich viel natürlich auch durchsucht werden. Aber leider konnte man, sonst gäbe es dieses Video ja oder diesen Podcast-Folge heute auch nicht, konnte man Gerda damit nicht finden. Nicht einmal Kleidung von ihr oder Habseligkeiten, was sie vielleicht dabei hatte, den Ring oder sowas. Einfach gar nichts, leider. Und da die Polizei nun natürlich auch öffentlich nach Gerda suchte und nach möglichen Zeugen, meldete sich ein alter Schüler von Gerda Wiese bei der Polizei. Am 5. Dezember 2015 sah er Gerda kurz bevor diese in den Wald gegangen ist, also der Wald, der halt an ihr Haus angrenzte. Und sie hielten wohl auch ein kurzes Gespräch, aber das war jetzt nicht für die Ermittlungen ein relevantes Gespräch. Und dieser Schüler beobachtete dann noch, dass hinter Gerda Wiese ein Mann mit einem Rucksack hinterher lief. Das war so kurz vor 13 Uhr. Und dieser Mann war auch ein ehemaliger Schüler von Gerda. Sie war wohl, denke ich mal, ziemlich bekannt in dem kleinen Ort als Lehrerin von früher. Und über diesen soll Gerda mal geäußert haben, also ich meine jetzt den mit dem Rucksack, dass sie Angst vor ihm hätte, wenn sie ihn mal alleine treffen würde. Denn dieser Mann soll damals ein Problemschüler mit schlechten Noten gewesen sein. Und diesen sogenannten Rucksackzeugen lädt die Polizei natürlich dann auch vor. Und der gibt auch zu, dass er Gerda Wiese im Wald getroffen hat. Das sei aber nur ein kurzes Zusammentreffen gewesen und dann hätten sich die Wege wieder getrennt. Mit Gerdas Verschwinden will dieser nichts zu tun haben. Aber er wurde damals zwei Stunden von der Polizei verhört, weil die Polizei ihn als vermutlich letzten Zeugen nicht ganz glauben konnte wohl. Und bei ihm fand auch eine Hausdurchsuchung statt. Auch die Garage wurde da wohl durchsucht. Und gefunden hat man dabei wohl aber nichts Ermittlungsrelevantes. Er sagte aber auch aus, dass Gerda im Waldweg in einen Kombi gestiegen sein soll. Das soll ein dunkler Kombi gewesen sein. Und eine weitere Zeugin, die bekräftigt den Verdacht etwas, sage ich jetzt mal, dass Gerdas Verschwinden eventuell etwas mit einem Auto, also einem Kombi oder was für ein Fahrzeug auch immer, zu tun gehabt haben könnte. Denn in der Nacht zu Nikolaus, also dem 6.12., sah sie wie ein Kombi ganz langsam im Wald in Priborn vor. Das war gegen 2 Uhr Nacht. Und am Anfang hatte dieses Auto in totaler Dunkelheit nicht einmal Licht angehabt. Man stellt sich natürlich nun die Frage, ob dieser Kombi eventuell etwas mit dem Verschwinden von Gerda Wiese zu tun gehabt hat. Man stellte sich dann nämlich so die Frage, ob dieser Kombi oder dieses Auto, was ja schon wirklich ein bisschen heraussticht, finde ich, eventuell in der Nacht einfach die Leiche von Gerda Wiese im Wald eingeladen haben könnte. und dass sie eventuell am Mittag in dem Wald zu Tode kam und dann eben, ja, später quasi abtransportiert wurde. So war, ich meine, bei Aktenzeichen XY die Überlegung gewesen. Also, es wird eben nicht ausgeschlossen, dass dieses Auto damit etwas zu tun gehabt haben könnte, weil eben der Rucksackzeuge, so nenne ich ihn jetzt mal, der ehemalige Schüler und eben auch die Spaziergängerin, die da nachts unterwegs war, ja, beide eben ein Auto vernommen haben und das schon meiner Meinung nach auch ein bisschen auffällig ist. Und zu diesem Zeitpunkt wurde Gerda ja auch noch nicht gesucht. Das heißt, ja, vielleicht wurde sie einfach zu dem Zeitpunkt irgendwo gut im Wald versteckt und dann eben in der Nacht eingeladen, weil es vielleicht am Tag den Leuten zu heikel gewesen ist. Und es gab wohl auch eine Spürhundespur, die bis zu einem bestimmten Punkt im Wald führte, welcher Punkt das jetzt genau war, das kann ich euch jetzt nicht genau sagen, weil es auch nicht veröffentlicht wurde. Aber die Polizei, die widerlegte diese Aussage und äußerte, dass der Hund eben durch eine Wildschweinfährte abgelenkt wurde. Aber Gerdas Tochter, die glaubt eher, dass an diesem Punkt ihre Mutter wirklich zuletzt gewesen ist, vielleicht sogar da ja gelegen hat an diesem Punkt. Aber eben dadurch, dass da eben Wildschweine unterwegs waren, glaubt die Polizei, dass der Hund dadurch eben abgelenkt wurde. Was jetzt davon wirklich stimmt, das wird nur der Hund wissen, das können wir wahrscheinlich nicht wiedergeben. Und auch ging Gerdas Tochter Uta damals mit ihrem Bruder in den Wald, noch bevor wohl die Polizei überhaupt nach Gerda gesucht hat, und sah dort auch Reifenspuren. Aber da die Suche ja auch später erst startete und es regnete, wurde das dadurch verwaschen. Und bis diese Suche wirklich startete, waren diese Reifenspuren durch den Regen verschwunden. Und man versuchte natürlich auch zur damaligen Zeit, das Handy, was Gerdas mit hatte, zu orten. Das war aber nicht möglich, denn es wurde am Nachmittag des 5. Dezember 2015 ausgeschaltet. 2016 hat sich dann auch die Kripo entschlossen, mit Gerdas Fall zu Aktenzeichen XY zu gehen. Aber das brachte leider die Ermittlungen auch nicht wirklich weiter. Dann gab es auch noch eine Ausstrahlung bei Hallo Deutschland und auch bei Kripo Live. Aber auch das brachte keine neuen Erkenntnis zu dem Verschwinden von Gerda Wiese. Und anfangs ging man ja auch von einem Unglück aus, aber das hat die Polizei dann doch relativ schnell verworfen. Mittlerweile geht man natürlich eher von einem Tötungsdelikt aus, denn man hat sie ja nirgendwo gefunden und auch ein Absetzen steht eigentlich nicht im Raum. Und wenn Gerda nämlich jemand kennengelernt hätte, mit dem sie sich zum Beispiel ins Ausland absetzen wollte oder so, dann hätte sie das frei erzählt, zumindest ihren engen Bekannten, die gehen auch davon aus oder auch ihre Familie, dass sie sowas nicht für sich behalten hätte, wenn sie zum Beispiel jemand Neues kennengelernt hätte. Ganz auszuschließen ist es aber natürlich nicht meiner Meinung nach. Ja, einen Suizid schließt man übrigens auch aus, denn es fand sich ja keine Leiche und Gerda war ja auch, wie ich anfangs schon erwähnte, eher lebensbejahend, wie depressiv zu der damaligen Zeit und die Polizei stuft Gerdas Fall halt nicht mehr als vermissten Fall ein, sondern geht halt klar von einem Tötungsdelikt aus. Und das glaubt übrigens auch ihre Tochter Uta, denn sie kennt die beiden Männer, die die Mutter kurz vor ihrem Verschwinden gesehen haben wollen. Der erste Zeuge, der Gerda mit dem Mann mit dem Rucksack gesehen haben will, das war nämlich auch ein ehemaliger Schüler. Also beide Zeugen waren ehemalige Schüler von Gerda Wiese und der lebt eigentlich sonst gar nicht in Deutschland und lebt eigentlich im Thailand, glaube ich, oder irgendwie im Ausland und ja, der wurde wohl, glaube ich, auch nicht so als richtig tatverdächtig eingestuft, sondern eher der Mann mit dem Rucksack galt mal als tatverdächtig. Das war ja auch derjenige, wo dann auch das Grundstück und so weiter durchsucht wurde und mit diesem Mann hatte sich die Tochter von Gerda auch mal unterhalten. Sie wollte eben wissen, wahrscheinlich, was da so passiert ist an dem Tag, wie ihre Mutter drauf war, könnte ich mir vorstellen, solche Dinge, aber diese hat halt nur abgewunken und wollte wohl, glaube ich, auch nicht wirklich mit der Tochter sprechen und sie glaubt aber, der Rucksack Zeuge, so nenne ich ihn jetzt ja mal die ganze Zeit, hat vermutlich etwas gesehen, was im Wald passiert ist mit der Mutter, schweigt aber aus Angst. Sie glaubt nämlich nicht, dass er für die Tat verantwortlich ist, aber er könnte sozusagen ein Mitwisser geworden sein. Im Interview nämlich, was Crime Spot mit der Tochter geführt hat, das verlinke ich euch auch unten mal, glaubt sie, wie gesagt, nicht an eine Täterschaft, jedoch aber schon wirklich daran, dass er vermutlich weiß, was da abgelaufen ist. Ich weiß, ich habe mich jetzt gerade wiederholt, ihr Lieben, tut mir leid. Der eigentlich im Ausland gelebt hat, der sie eben zuerst ja gesichtet hatte und dieser Zeuge hat damals so eine ganz komische ja, Floskel losgelassen, sage ich jetzt mal. Der sagte nämlich, je länger man auf einen Busch klopft, kommt der Igel irgendwann raus. Das finde ich eine ziemlich komische Aussage und ihre Tochter denkt, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr wissen könnte, aber schon alleine diese Floskel finde ich schon ziemlich komisch, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, gegen beide Männer, die Gerda am 5. Dezember noch gesehen haben, führten die Ermittlungen zu keinem weiteren Tatverdacht. Daher denke ich auch, dass vielleicht die Denkweise der Tochter über eine mögliche Mitwisserschaft, zumindest von einem der beiden, nicht ganz unberechtigt sein könnte, was natürlich aber für die Familie total fatal ist. Uta hat nämlich, also die Tochter, mittlerweile mit dem Verschwinden ihrer Mutter sich ja abgefunden, sagt sie selber, fast sieben Jahre ist das Ganze ja nun her und sie und auch ihr Bruder sind psychisch wirklich sehr gezeichnet von dem Ganzen, auch von natürlich der ganzen Suche und dem Hoffen, wo ist die Mutter, ist sie gestorben, was ist mit ihr passiert, das muss natürlich wirklich der Horror für die Familie sein und seit 2018 übrigens hat die Polizei auch die Ermittlungen im Fall von Gerda Wiese eingestellt, erst mal zumindest, bis eben noch mal ermittlungsrelevante Hinweise kommen könnten, aber derzeit liegt der Fall quasi wirklich auf Eis, aber für die Angehörigen ist das natürlich lange nicht der Fall, dass da irgendwas auf Eis liegt, denn Gerdas Haus zum Beispiel in der Dorfstraße, das muss ja auch irgendwie in Schuss gehalten werden, das bewohnt mittlerweile nämlich ihr Enkel, der kümmert sich zusammen mit Uta, also mit der Tochter um Gerdas Haus und Hof, aber Uta sagt auch, es müssen zum Beispiel mal sehr notwendige Umbauten vorgenommen werden, aber das ist nicht möglich, durch das verschollene Gesetz ist Gerda erst nach zehn Jahren für tot zu erklären und sie dürfen dann nicht mal notwendige Umbaumaßnahmen vornehmen oder können sich einen Kredit dafür beantragen, weil sie eben nicht im Grundbuch stehen, weil Gerda eben offiziell als vermisst gilt und erst dann würde eben Haus und Hof nach diesen zehn Jahren offiziell an die Kinder übergehen und Uta hat halt auch schon versucht, diesen Prozess der zehn Jahre zu verkürzen, aber das Amtsgericht, das weigert sich. Es ist nämlich halt so, erklärt sie auch in dem Interview mit CrimeSpot, dass wenn die zehn Jahre vollendet sind, also 2025 dann, derjenige dann erst für tot erklärt wird, aber dann ist das wohl so, dass nach diesen zehn Jahren das sogar fünf Jahre zurückdatiert wird, somit wären wir im Jahr 2020 und eigentlich wäre sie dann ja heute schon für tot erklärt. Aber das Amtsgericht, das verweist halt immer wieder auf die Frist und dieses verschollenen Gesetz, auch wenn die Kripo und die Staatsanwaltschaft halt wirklich ja von einer Tötung ausgehen mittlerweile und sogar ein psychiatrisches Gutachten wollte Uta den Behörden mal zeigen, dass sie eben wirklich extrem unter diesem Verlust der Mutter leidet und sie endlich abschließen möchte, aber das Amtsgericht, das wollte das gar nicht erst sehen. Und die Tochter Uta, die ist halt auch wirklich sehr gezeichnet und sie würde auch gerne eine Psychotherapie beginnen, aber sie braucht halt diesen Abschluss, dass ihre Mutter eben für tot erklärt wird und die hatte auch kein leichtes Leben, sie hat auch schon Brustkrebs gehabt, dann hat sich der Vater ja auch sehr früh das Leben genommen und jetzt ist die Mutter spurlos verschwunden, also ich denke, die Familie, die hat wirklich schon sehr, sehr viel mitgemacht und es ist wohl auch jedes Mal so, wenn Post für ihre Mutter kommt, dann reißt das halt immer wieder alte Wunden auf und das wird auch nicht aufhören, bis Gerda irgendwann wirklich für tot erklärt wurde oder wird, besser gesagt. Sie erzählt auch in dem Interview mit CrimeSpot, wie sie das halt wirklich sehr belastet, dass eben die Mutter nicht früher für tot erklärt wird, denn das Amtsgericht schreibt halt damals auch einen Brief, dass Gerda ja keinen Flugzeugabsturz oder einen Schiffsuntergang zum Beispiel erlebt hat oder eben so verunfallt ist, sodass die 10-Jahres-Frist halt eben eingehalten werden muss, weil wenn sowas wohl vorliegt, Flugzeugabsturz, findet man ja oft auch die Leichen nicht, dann könnte man das früher machen, aber so in einem Vermisstenfall wohl erst nach 10 Jahren laut dem Gericht und auch wenn es vielleicht herzlos klingt, sagt die Tochter Uta, möchte sie halt endlich abschließen und ehrlich gesagt klingt das ja auch für Außenstehende im ersten Moment sehr hart, die Tochter möchte unbedingt ihre Mutter nach 7 Jahren für tot erklären lassen und hat halt keine Hoffnung mehr, dass sie vielleicht zurückkommt, aber wir stecken ja nicht in der Haut der Familie und die Tatsachen sind ja nun mal auch da, es spricht alles klar für einen Tötungsdelikt sehr wahrscheinlich, die Polizei glaubt ja auch nicht mehr daran, dass das ein gewöhnlicher Vermisstenfall ist, deswegen kann ich die Tochter da auch wirklich verstehen und diese Ungewissheit in Vermisstenfällen, das habe ich ja schon ganz oft auch schon gesagt, das stelle ich mir so absolut grausam vor und da kann ich auch irgendwo verstehen, dass die Familie Ruhe braucht, dass sie einfach ihr Leben weiterleben möchten und nicht immer mehr Post bekommen wollen und sowas und ich denke nach 7 Jahren müsste man das eigentlich auch verkürzen können, aber die Behörde stellt sich da ja leider ziemlich quer und es bleibt ja auch die Frage, was ist wirklich mit Gerda Wiese passiert und welche Rolle spielt eventuell wirklich dieser schwarze Kombi, der am Tag und in der Nacht da in Priborn gesehen wurde, es ist ja nun mal auch wirklich nur ein kleines Dörfchen und dass das dann gerade da am selben Tag passiert, finde ich schon auffällig und ja, wurde Gerda vielleicht wirklich von jemandem sogar im Wald ermordet, aber wenn ja, warum? Und dass sie dort zu Tode kam, schließe ich auch nur daraus, dass ja dieser Pkw eben ohne Lichter in dem Wald herumfuhr nachts oder es ist natürlich auch möglich, dass sie eventuell in ein Auto gezogen wurde, aber auch dort ist natürlich die Frage des Motivs, vielleicht wollte der Fahrer des Autos Gerda Wiese nach der Tötung auch einfach nur da ablegen, so wie im Falle von Nelly Graf, das gab es ja auch schon, die wurde ja auch ein paar Tage später, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Abstand da war, ich hatte euch dazu ja auch mal eine Folge gemacht, wurde sie dann ja auch da im Wald gefunden, aber erst eben nur ihr Fahrrad, also vielleicht wollte man Gerda auch da ablegen, aber wurde eben durch diese Spaziergängerin nachts da von abgehalten, das weiß man ja nicht, ob sie sie einladen wollten oder abladen wollten, das hört sich jetzt wirklich wieder sehr makaber an, aber so könnte es natürlich in der Realität vielleicht auch wirklich gewesen sein und natürlich stellt sich auch so ein bisschen die Frage des Motivs, denn dass Gerda jetzt eine sehr vermögende Frau gewesen sein soll, das ist jetzt meines Wissens nach nicht in den Dokumentationen oder bei Aktenzeichen XY erwähnt worden und es wurde ja auch kein Bargeld entwendet, Gerda hatte ja nicht mal ihr Portemonnaie dabei, also kann ein Raubmord eigentlich ja auch ausgeschlossen werden oder war es vielleicht doch die Rache eines ehemaligen Schülers, es hat die Polizei jetzt ja ja mehr oder weniger ausgeschlossen, auch wenn die Tochter glaubt, dass er vielleicht mehr weiß, aber man weiß es nun mal einfach nicht, was war das Motiv, warum ist Gerda verschwunden, war es ein Sexualverbrechen, wobei ich immer denke, das trifft eher jüngere Menschen, aber klar kann das auch ältere treffen, das ist halt so die Frage. Ich ziehe da halt schon so ein bisschen Parallelen, wie ich ja eben schon sagte, zum Fall Nelly Graf oder auch Gabriele S., die ja auch beide so ihre üblichen Routen im Wald oder in der Umgebung hatten und vielleicht wusste das jemand und hat es auch im Falle jetzt von Gerda ausgenutzt. Ich persönlich halte da auch einen Tötungsdelikt eigentlich für am wahrscheinlichsten, nur aus welchem Grund, das frage ich mich wirklich. Ich bin auch echt gespannt, was ihr so zu diesem Fall sagt und ob es irgendwann nochmal Neuigkeiten geben wird. Für die Polizei ist der Fall ja nicht abgeschlossen, sie hoffen weiter darauf, dass man irgendwann vielleicht eine Leiche findet und vielleicht Täter-DNA dann auch finden könnte und ich persönlich denke, dass nach sieben Jahren dann noch Hoffnung sein kann, dass man Gerda irgendwann noch auffindet, damit die Familie wenigstens Klarheit darüber hat, lebt sie noch oder ist sie tot, auch wenn man von einem vermutlichen Tötungsdelikt ja ausgeht. Aber ich denke, nach sieben Jahren ist die Hoffnung noch nicht ganz erloschen, dass man die Leiche hoffentlich irgendwann doch noch auffindet und die Familie sie anständig begraben kann. Denn man geht ja nicht mehr davon aus, dass sie lebt und auch diese Umstände, was Gerda für ein Mensch war, es hört sich nicht danach an, als ob sie jetzt einfach gesagt hat, so, ich verziehe mich jetzt ins Ausland und setze mich ab oder sowas. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Ich gehe da auch wirklich von einem Verbrechen aus. Ja, meine Lieben, mich interessiert, wie ich ja eben schon kurz sagte, eure Meinung zu dem Fall. Viele von euch werden den Fall Gerda Wiese vielleicht auch schon gekannt haben. Was ist eure Theorie? Wurde sie wirklich umgebracht und wenn ja, aus welchem Motiv? Die Frage stelle ich mir wirklich. Warum hat man sie umgebracht? Was hat man für ein Motiv davon gehabt? Im Fall von Nelly Graf, da könnte man vielleicht doch davon ausgehen, dass da vielleicht doch jemand war, der Gefühle für Nelly hatte oder sowas. Aber im Fall von Gerda gab es ja vermeintlich keinen Mann. Zumindest wusste da niemand etwas von. Und das würde mich wirklich mal interessieren, was ihr davon haltet, von diesem Fall. Und freue mich, wie gesagt, auf eure Kommentare zu diesem Fall und jedes kleine Kommentar, egal was für ein Kommentar es jetzt ist, unterstützt meinen kleinen Kanal beim Wachsen oder auch jeder Like auf den Podcastportalen. Ja, hilft mir natürlich sehr, dass wir unsere Abonnentenanzahl erhöhen können und somit noch mehr Leute eben auch auf Verbrechen aufmerksam werden. Weil das ist auch so ein bisschen das Ziel, was ich mir für diesen Kanal gesetzt habe. So ihr Lieben, hiermit beende ich die heutige Folge und sage bis demnächst. Eure Lia. wie geht es euch. oder wie ich einen thürmer, Yoda. Gee,